So, ich bin back und ich gehe wieder zurück. Ich dachte, ich tauche jetzt hier ein Wasser auf. Ne, doch nicht. Ich gehe jetzt hier wieder, wie gesagt, zurück, weil ich glaube, dass ich hier falsch war. Ich muss erst den Computer zerstören. Hier geht's weiter. Aber wie soll man das wissen als Unwissender? Frage ich mich. So, mein Handy hat vibriert, Entschuldigung. Oh, hier ist, das sage ich ja, hier ist Nächste. Und hier ist das Levelende, okay, auch gut. Dass es hier schon ist und dabei geht's überall noch weiter. Das ist auch mal eine gute neue Konstellation. Okay. Das heißt, wir haben nicht mehr viel zu erforschen, das ist gut. Jetzt gehe ich nämlich ins Ohre-Portal rein. Ich, habe ich jetzt, wie viel habe ich denn jetzt von dem Dingern? Ich möchte hier wieder nach oben gehen. Wie geht das bitte? Nein, geht mal weg. Wow, ich sterbe. Okay. Heute gibt's Käfer, Gebratene. So, schnell durch. Ich möchte zurück, ich möchte zurück. Wo bin ich hier? Ach, hier, okay. Äh, wo möchte ich denn hin? Hier, gell? Nein. Ach ja, ich muss ja hier tauchen, stimmt. So, wo ist der Unterwassergang? Ich finde ihn nicht. Wow. Der war auch hier an der Seite. Aber das ist jetzt ein ganz neuer Raum. Nee. Zum Glück nicht. So. Ich zeig... Wow. Okay, auch gut. Ich zeig gleich, welches Portal ich meinte. Und zwar das hier. Und da dürfte der letzte Sprengsatz sein. Oder auch nicht. Ja, bisher war der immer in der Serbenzone. Vielleicht habe ich auch schon alle eingesammelt, aber ich glaube, mir fehlt noch einer. Ist so doof, dass man es nicht einsehen kann. So, da kann ich sowieso nicht rüber. Weil mir die Feder noch fehlt. Ich glaube, die ist von dem Level sogar. Ja. Alles klar. Okay. Gehen wir mal kurz zum Computer rüber und schauen. Vielleicht habe ich ja wirklich alle. Welches Leben überstehe überhaupt. Ansonsten... Wüsste ich nicht, wo die... ...die letzte Ding ist. Weil... Queen Empryos. Moment mal. Habe ich das... Mir fällt gerade auf. Ich muss... ...nochmal zurück. Weil ich habe... Da hinten gab es auch noch so einen Raum mit diesen Queen Empryos. Zumindest einen. Wo waren die jetzt? Hier ist auch gar nichts beschrieben. Nein, warum ich nicht abwährende ich hochgehe. Dein Haus ist gefährlich hoch. Ja, Entschuldigung für diese... Wie soll ich sagen? Verwirrtheit hier mal wieder. Aber typisch Turok. Das ist ein geiles Typisch Turok und ich. So, ich glaube... Ja, ich glaube, ich wollte hier hin. Nee, oder? Wollte ich hier hin? Ich wollte in den einen Raum, wo dieser... ...der letzte Part begonnen hat, wollte ich hin. Hier ist nämlich der Computer. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Wir müssen ja hier immer respawnen. Mich nervt es langsam. Er stirbt natürlich nicht. Ja. Ach komm, geh vorbei. Ähm, ja... Hier muss ich mich hin. Ich möchte eigentlich wieder einfach zurück. Genau, hier war's. Ich werde jetzt sowieso drauf gehen. Aber auch nicht. Lass mich durch. Danke. So. Da geht's ganz zurück. Da wollen wir nicht hin. Hier ging's. Genau, hier war der Embryo-Raum. Nur dummerweise habe ich jetzt kaum Lebensenergie. Ich muss hier in das Portal erstmal und wieder raus. Damit ich zumindest hier sterb. Greetings, Turok. How may I assist you? Gar nicht. Ich möchte nur wieder raus. Da vergisst man echt alles in dem Level. Oder in einem Level vergisst man alles. So, ich nehm zu... So, ich nehm zu... Den PCM-Layer. PFM-Layer. Ist mir scheißegal, wie die... Waffe heißt. Tja, das war dein... Todesurteil. Sieben Lebensenergie. Denn ich... habe die Berechtigung, wieder aufzuerstehen. Und du nicht, dummer grüner Gegner. Also komm her. Ich mach dich kalt. Oder ich mach dich nicht kalt. Ich geh einfach weiter. Geh auf. Wow. So. Ja, hier. Das ist ein coolen Jetpack. Ganz tolle Sache. Hier geht's nämlich zum Embryo-Raum. Ich hoffe, manche sind noch gleich zwei Embryos. Damit... Äh, Turok-Levels auswendig. Beziehungsweise deren Levelbau zu realisieren, ist schlimmer als... Moment. Wow. Ja, renn halt. Der soll mir bloß nicht bei Nacht irgendwo im Park begegnen. Der blöde Gegner. Ist schlimmer als wenn man in Minecraft durch so Höhlen-Systeme geht, die unendlich lang gehen. Und ich sehe dann... Ja, deren Aufbau zu... Sich zu merken zumindest. So. Komm, wo ballast du mich ab? Hier oben, okay. Hi. Dummerweise ist hier dieser Embryo-Raum und ich habe keine Lebensenergie. Ich mache das nämlich jetzt so... Ja, spring mich halt gleich so dumm an. Und spring immer mich drüber. Boah, ja, klar. So... Ich könnte jetzt hier noch rumlaufen, ob ich Lebensenergie finde, weil... Das hier ziemlich eng wird. Hier sind nämlich... Der versteckt sich natürlich dahinter. Egal, wir machen das ganz schnell mit den Embryos. Wow. Oh, der hat mir... Der wollte mir helfen. Tatsächlich. So, ich nehme PCM-Layer. PVM-Layer, wie auch immer die Waffe heißen kann. Ist mir eigentlich egal. Okay, hier ist kein Embryo. Da muss aber einer sein. Genau hier. Warum wird mir immer hier die Lebensenergie so... Tolle Sterbeermination. Übertreib's halt. Stirb, 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 stirb. Ja. Hahaha. Hab ich euch bekommen. Ihr Arschlöcher. So... Jetzt gehen wir hier weiter. Darf wohl der letzte Queen Embryos sein, wenn man da weitergeht. Ne, hier bin ich jetzt. Ja, klar, die ab. Piss dich. Wow. 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 Ja, sieht so aus. Wobei, ich gehe erstmal hier rüber. Nein, das war... nicht so schlau. Wobei, ich mache jetzt einfach den hier. So macht man das nämlich. Habt ihr's gesehen? Mir wäre Lebensenergie lieber, statt diesem Mist hier. Und man kann sich ja nicht alles wünschen. Lass mich durch, danke. Oh mein Gott. Moment, eben kurz. Sekunde. Okay. Weiter im Gefecht. Oh man. Warum ich nicht mein Dings benutze. Oh, voll her. Okay, da war doch kein Embryo mehr. Ich bin jetzt nämlich hier wieder, wo ich vorher war. Ich hoffe mal, ich habe jetzt nichts vergessen. Das würde mich sowas von ankotzen. So, hier ist das Warp-Portal. Das heißt, ich muss... Boah. Orientierungssinn. Wo muss ich hin? Genau, hier wollte ich hin. Oder? Moment. Moment. Ja, hier. Bei mir fehlt es noch. Oder ich gehe nochmal zum Computer hin und schaue, ob ich doch nicht alle habe. Ja, da wollte ich jetzt nicht hin. Egal. Auch recht. Ich dachte, hier kann man hochklettern. Doch, kann man. So, dann schalte ich nämlich gleich diese Selbstschussanlage aus. Oh, ich habe gleich wieder ein neues Leben. Wo bist du? Ach, da. Aua, nein. Das zieht gleich 10 ab, oder was? Eins. Zwei. Äh. Drei, meinte ich. Und? Ja, geil. Ich hatte tatsächlich alle. Jetzt muss ich nur noch in den einen Raum. Und dann werde ich das Level gleich gemastert haben. Ja, genau so euphorisch wie die ihre Stimme gerade hat, bin ich auch. Weil ich jetzt weiß, wo ich hin muss. Nämlich ins Wasser und du wirst mich daran hindern. Oh, ich habe Alzheimer. Ich habe vergessen, dass der hinter mir ist. So. Hier lang. Beziehungsweise. Ja, doch. Ja. Schub mich runter. Es ist alles okay. Ich würde nämlich sowieso hier nach unten. Aber ich muss jetzt... Falls ich jetzt gerade das gehört habe, ich muss kurz einen Schnitt machen, weil mein Timer geklingelt hat. Genau. Das ist die Bekündung. Und bis gleich. Und bis estava. Vielen Dank.